Liebe Fußballfans, liebe Besucher, das Abbrechen von Büros und Betagern ist verboten. Sie gefährden damit unbeteiligte Personen und die Akteure auf dem Spielfeld. Hören Sie sofort damit auf. Wir wünschen uns ein faires und friedliches Spiel. Vielen Dank. Schönen Tag, Schönen Tag, Schönen Tag, Schönen Tag. Das war's. Das war's. Wir haben uns zufrieden, unser Gott, unser Spieler mit Nummer 21, Raphael, und zu Hause noch im Spiel mit Nummer 21, Schaldi Toroschei. Musik